Musik Die Vegetarierin Kim Ji Young, geboren 1982, Love in the Big City. In den letzten Jahren wurden immer mehr koreanische literarische Werke in Deutschland übersetzt und veröffentlicht. Dies spiegelt die Tatsache wider, dass nach dem K-Pop auch die koreanische Kultur im Allgemeinen und vor allem die koreanische Literatur ins Blickwelt des Interesses rücken. Hinter der wachsenden Popularität der koreanischen Literatur steckt der unermüdliche Einsatz der Übersetzer. Es gibt viele aktive deutsch-koreanische Übersetzer und wir haben darunter einen jungen Vertreter zum Interview eingeladen, der davon träumt, ein Literaturübersetzer der nächsten Generation zu werden. In der siebten Folge Neue Welle spricht Philipp Windischmann mit uns darüber, wie er sich in die koreanische Literatur verliebt hat und über den neuen Trend K-Literatur, die sich mittlerweile als wichtige Säule der koreanischen Welle Hallyu etabliert hat. Philipp Windischmann hat an der Universität Tübingen seinen Bachelor und Master in Koreanistik gemacht und ein besonders großes Interesse an koreanischer Literatur. Sein Traum ist es, in Zukunft als Übersetzer die koreanische Literatur in Deutschland stärker bekannt zu machen. Seit letztem Jahr belegen Sie einen regulären Kurs an der Übersetzungsakademie des Literature Translation Institute of Queer, LTI. Wie kam es zu dem Interesse an der koreanischen Literatur, vor allen Dingen an der Übersetzung koreanischer Literatur? Das hat sich dann denke ich ganz natürlich ergeben aus meinem Interesse an Korea allgemein. Auf der einen Seite wollte ich mehr lernen über Korea. Ich habe ja meinen Bachelor, meinen Master in Koreanistik gemacht und habe dann vor allem im Master auch schon viel übersetzen können im Kurs. Und da haben wir dann zum Beispiel auch koreanische Autoren zu Lesungen nach Deutschland einladen können. Und auch einmal Hangang. Und da haben wir dann Lesungen veranstaltet, Workshops und da konnte ich auch als Dolmetscher dabei sein. Und das sind Sachen, die mich dann auch beeinflusst haben, beeindruckt haben. Und von dort aus wollte ich dann weiter Koreanisch lernen, einmal wegen dem akademischen Interesse. Und dann eben auch, weil ich eine tiefere Verbindung vielleicht noch mit Korea aufbauen wollte, dass ich das Land, was ich jetzt lieben gelernt habe, in diesem Land weiter aktiv sein möchte. Und da hat sich für mich koreanische Literatur angeboten, weil man durch die Literatur, finde ich, so viel lernen kann, auch über das Land. Und dann war die Entscheidung klar, ich bewerbe mich beim LTI, beim Übersetzungsinstitut, weil sich da halt auch einfach die Möglichkeit bietet, dann nochmal längere Zeit in Korea zu sein, weiter zu lernen, sich viel mit koreanischer Literatur zu beschäftigen. Unter den koreanischen AutorInnen, die Sie am meisten beeindruckten, haben Sie die Autorin Pauwanzo hervorgehoben. Was genau fasziniert Sie an den Werken dieser Autorin? Also ich bin auf keinen Fall ein Pauwanzo-Experte, aber immer wenn ich sie gelesen habe, dann war ich sehr, ja immer sehr gefesselt, immer sehr beeindruckt. Ich glaube, es gibt zwei Gründe vor allem. Also der eine Grund ist, dass mich die Sprache, die sie benutzt, sehr beeindruckt. Das ist eine sehr, finde ich, sehr lebendige Sprache, die ermöglicht, einmal zu verstehen, wie die Menschen, die koreanischen Menschen vielleicht denken, was sie beschäftigt, historisch vor allem betrachtet. Ja, für mich als jemand, der Korea besser verstehen will, ist genau das ja sehr wichtig. Aber gleichzeitig verbindet sie diese lebendige Sprache, also auch diese lebendige Darstellung von koreanischen Menschen mit der Geschichte Koreas, also mit der historischen Vergangenheit Koreas. Also erstmal die Kolonialisierung, ja dann der Koreakrieg, die Teilung. Das sind ja alles Dinge, die sozusagen für das koreanische, für den koreanischen Geist sozusagen sehr, sehr von sehr großer Bedeutung sind, zu verstehen, auch wie die, wie das heutige Korea funktioniert. Und ich finde, bei Paggwanzo wird beides sehr gut verbunden. Also die Frage zum Beispiel, wie haben alle diese historischen Ereignisse, die Koreaner, die Art wie sie denken, was sie wertschätzen, was sie auch historisch belastet, wie haben alle diese Dinge sie beeinflusst. Da sind halt genau diese Dinge, also wie die Kolonialisierung und der Koreakrieg und die Beteilung von ganz großer Bedeutung und Paggwanzo zeigt das halt sehr, sehr gut, finde ich, auch wie diese Dinge die Menschen beeinflusst haben. Und das ist ein ganz entscheidender Grund, warum ich dann ihre Werke auch, glaube ich, so toll finde. Gibt es weitere koreanische AutorInnen, deren Arbeiten sie besonders aufmerksam verfolgen? Es gibt jetzt nicht so bestimmte, von denen ich sage, dass ich sie ganz intensiv verfolge, weil es einfach, finde ich, so viele junge Autoren und vor allem auch AutorInnen gibt in Korea, die gerade interessante Sachen machen, also man kommt gar nicht so wirklich hinterher, was man sich anschauen soll und ja, und die unterscheiden sich halt auch alle sehr stark voneinander. Ja, die Genres sind auch sehr unterschiedlich. Es gibt solche, die vor allem sehr realistische Literatur schreiben, dann auch solche, die vielleicht Fantasy oder Science Fiction und Horror machen, also es gibt sehr viel gute Genre Literatur auch momentan in Korea. Ja, und da fallen mir so ganz spontan so Namen ein wie Kim Cho-Job, die vor allem Science Fiction Literatur macht, aber das auch verbindet mit Fragen der Umwelt, also Umweltschutz auch. dann Autoren wie Kim Mellar, die auch Fragen der Sexualität bearbeitet, oder Pang Min Jong und dann noch viele andere, ja, die ich jetzt gar nicht alle nennen kann, aber also da gibt es wirklich sehr viel und da bin ich wirklich gespannt, was da in Zukunft noch so kommt, weil diese Szene ist sehr, sehr aktiv und ja, wer weiß, wer da sich noch alles so herausbildet in Zukunft. Was macht Ihrer Meinung nach dem besonderen Reiz der koreanischen Literatur aus? Also ich denke, dass es sehr viele Reize gibt, weil es halt auch so viele Genres gibt in der koreanischen Literatur, aber wenn ich einen vielleicht herausheben würde, dann ist es, dass die koreanische Literatur sich sehr stark beschäftigt mit den Problemen der aktuellen Zeit der koreanischen Gesellschaft vor allem, also die koreanische Literatur beschäftigt sich sehr viel damit, was gerade in der koreanischen Gesellschaft so abgeht, vielleicht auch und vielleicht auch was man verbessern könnte, also sie greift dann auch sehr stark ein und das finde ich ist ein ganz großer Vorteil der koreanischen Literatur, weil wenn man sie dann liest, da kann man halt auch sehr viel herausfinden, was die Menschen in Korea gerade so beschäftigt. Auch natürlich die schönen Seiten, aber auch die schwierigen Dinge, Probleme, die man vielleicht lösen muss, zum Beispiel Cho Nam-Ju's Pai Shib In-yeon Kim Jong, ein feministischer Roman, in dem sehr viel darüber gesprochen wird, wie die Lebensrealität vielleicht von jungen koreanischen Frauen aussieht, auch problematische Seiten werden da angesprochen und wenn man solche Literatur dann liest, dann kann man halt sehr viel darüber erfahren auch, wie sich sowas anfühlt, da zum Beispiel ich als in dieser Hinsicht Außenstehender kann mich dann halt sozusagen ein bisschen reinfühlen, kann lernen und kann auch ein kritisches Verständnis aufbauen und mir die Frage stellen, was kann man vielleicht auch ändern, was kann man besser machen, was kann man vielleicht auch unterstützen machen. Das bezieht sich auch auf ganz viele andere Bereiche, nicht nur die feministische Literatur, auf Fragen der Arbeit, wie sollte man Arbeit zum Beispiel strukturieren, was ist eine gute Arbeitsumgebung, all diese Dinge, da beschäftigt sich die koreanische Literatur sehr, sehr viel mit und das finde ich ist einer der großen Vorteile auch der koreanischen Literatur. Auf der ganzen Welt verbreitet sich die koreanische Kultur in einem beispiellosen Tempo. Auf welche Weise kann die koreanische Literatur dazu beitragen, einen Zugang zur koreanischen Kultur zu finden und sie besser zu verstehen? Also ein bisschen habe ich das ja schon so angeschnitten in der vorherigen Frage, dass die koreanische Literatur sich sehr mit der heutigen Gesellschaft beschäftigt, auch kritisch. Und ich glaube genau das ist auch die Möglichkeit, wie man deutschen Lesern helfen kann, Korea besser zu verstehen. Ich finde, man kriegt ein realistischeres und tieferes Bild davon, wie die koreanische Gesellschaft realerweise funktioniert und wie die Menschen sich darin auch fühlen. Aber das ist jetzt irgendwie, das hat jetzt nicht damit zu tun, dass man es besonders einfach kritisch sieht oder negativ sieht, sondern ich finde dadurch bekommt man eigentlich fast noch ein schöneres Bild von der koreanischen Gesellschaft. Also das ist meine Meinung, aber so wahre Schönheit, die zeigt sich halt nicht nur darin, dass was vielleicht oberflächlich schön aussieht, sondern dass man auch die schwierigen, die vielleicht die anstrengenden Seiten mit sieht. Und da ist die koreanische Literatur, finde ich, sehr gut darin, das auch zu zeigen. Ja, ich glaube, insofern hat die koreanische Literatur da sehr großes Potenzial, auch Leuten zu helfen, die koreanische Gesellschaft kennenzulernen, aber auch lieben zu lernen. Welche deutschen literarischen Werke möchten Sie Ihren koreanischen Freundinnen vorstellen? Ja, ich finde auch, also in der deutschen Literaturszene gibt es natürlich auch sehr viele junge Autoren, die man lesen kann. Und ich finde, bei so klassischeren Autoren, da gibt es schon so einen gewissen Kenntnisstand, bei vielen Koreanern auch. Zum Beispiel Hermann Hesse ist sehr, sehr beliebt. Und ich denke, bei den Klassikern würde ich vielleicht sagen, weil das in Deutschland zum Beispiel sehr, sehr, sehr bekannt ist, aber in Korea lesen es, glaube ich, relativ wenige. Also Thomas Mann fällt mir zum Beispiel ein. Persönlich, wenn man es auf Deutsch lesen kann, ist es natürlich auch eine große Herausforderung, auch für koreanische Leser, wenn man es auf Deutsch lesen kann. Bei den Übersetzungen bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber ich finde, er ist eine sehr wichtige deutsche literarische Figur, die in Korea vielleicht noch ein bisschen unterrepräsentiert ist. Vielleicht, weil die Bücher auch teilweise sehr lang werden können und auch manchmal kompliziert. Aber ich denke, wenn man so Gespür dafür haben will, wie so deutsche Literatur der damaligen Zeit oder auch die moderne Literatur, wie die so aussieht, wie man die auch schreiben kann, dann finde ich auch es immer die Herausforderung, sich mal ein Buch von Thomas Mann anzuschauen. Also wenn man, man kann natürlich auch mit etwas Kürzerem erstmal anfangen. Es gibt ja diese ganz dicken Bücher und da kann man natürlich so Sachen wie Zauberbär kann man sich anschauen, den fand ich sehr, sehr spannend, auch wenn er sehr lang war. Aber dann auch so kurze Dinge, Tonio Kröger zum Beispiel, da kann man sich mal dann vielleicht einlesen und schauen, ob es einem wirklich gefällt, bevor man die ganz dicken Bücher anschaut. Ich möchte jetzt noch eine kurze Übersetzung, einen Teil einer Übersetzung vortragen von einer koreanischen Kursgeschichte von Ganggyeong-ae. Sie heißt Tia-chon, diese Geschichte. Es ist eine sehr alte Geschichte, schon um die 100 Jahre alt, die ich zusammen mit Kommilitonen in meinem Übersetzungskurs im Übersetzungsinstitut übersetzt habe. Diese Geschichte handelt von Til-sung. Er ist ein relativ junger, kleiner koreanischer Junge, der zusammen mit seiner Mutter und seinen Geschwistern in einem Dorf wohnt und eigentlich so ein Bauernleben führen. Til-sung ist aber auch gleichzeitig, er ist körperlich beeinträchtigt und er führt dann deswegen ein sehr schweres Leben. Und dieses Stück zeigt auch sehr gut die Lebensrealität von einfachen Koreanern damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, unter der Kolonialisierung auch. Also ein, finde ich, sehr relevantes und wichtiges Werk. Und davon würde ich jetzt kurz vorlesen. Als Til-sung am nächsten Morgen aufwachte, war es im Hinterhof schon taghell. Sofort sah er nach, ob seine Mutter und Til-un noch zu Hause seien, doch es war still und so setzte er sich an die Hintertür und blickte regungslos auf den Zaun von Kynions Haus. Ihre Eltern waren sicherlich schon auf dem Feld und sie war nun alleine. Aus dem Dorf wird auch niemand gekommen sein. Heute musste er sie auf jeden Fall treffen. So dachte er und schaute dann auf seinen Arm herunter. Sein Handgelenk, das kraftlos aus dem abgewetzten Ärmel hervorragte, fehlten Knochen und Fleisch. Es war lediglich ein gelblicher Lappenhaut, durch den die Adern bläulich hindurchschimmerten. Til-sung wurde schwer ums Herz. Er hob seinen Kopf und seufzte laut. Kynion konnte froh sein, dass sie nicht sehen kann. Wenn sie ihre beiden Augen öffnen und diese Hand erblickte, dann liefe sie vor Schreck bis zum Horizont davon. Ach, und wenn sie seine Hand berührte und dann fragte, warum sie so kraftlos sei und was man mit ihr überhaupt anstellen könne, dann... Til-sung fühlte sich so bedrückt, dass er es kaum noch aushielt. Wie er so kraftlos schnaufend da saß, kam in einem Gedanke. Ob es nicht ein Heilmittel gab? Irgendwo gab es das bestimmt. Von den Spinnennetzen, die am Zaun hingen, baumelten unzählige Tropfen Tau. Vielleicht hatten die eine heilende Wirkung. Til-sung stand auf. In der Hoffnung, dass der Tau ihn wirklich heilen könne, wollte Til-sung nach den Spinnennetzen greifen. Doch sofort verließen ihn die Kraft in seinen Armen und weil er unentwegt zitterte, konnte er die Weben nicht recht umfassen und rüttelte es stattdessen einfach am Zaun, worauf ihn die Tropfen herunterfielen. Til-sung versuchte sie, mit den Händen aufzufangen, doch er erwischte keinen einzigen. Die Sonderinterview-Reihe 140 Jahre Deutschland und Korea haben wir mit dem Ziel begonnen, anlässlich des 41. Jahrestages der deutsch-koreanischen Beziehungen Persönlichkeiten vorzustellen, die in der Geschichte des bilateralen Austausches wichtige Spuren hinterlassen haben. Mit der siebten Folge möchten wir diese Interview-Reihe abschließen. Haben die ersten Deutschen, Karl Gützlaff, Möllendorf und Antoinette Sonntag den Grundstein gelegt und zeitgenössische Persönlichkeiten wie Professor Kneider, Dr. Bredel und ehemalige Krankenschwester Kim Il-sung Samen gesät, werden jüngere Menschen wie Philipp Bindischmann die Zukunft der deutsch-koreanischen Beziehungen prägen. So wie Wassertropfen zu einem Fluss werden, stellen wir uns eine Zukunft vor, in der unzählige Individuen dafür sorgen, dass die Freundschaft zwischen Deutschland und Korea noch enger wird.